Herzlich willkommen zur ultimativen Kaufberatung für alle, die auf der Suche nach dem perfekten Dampfgarer sind. Heute zeigen wir dir, wie du nicht nur Zeit und Geld sparst, sondern auch Frust und Enttäuschungen vermeidest. Denn wir kennen die fünf entscheidenden Eigenschaften, die dein Gerät haben muss, um dir das beste Preis-Leistungsverhältnis bieten zu können. Lass uns tiefer in Punkt Nummer 1 eintauchen, die präzise Temperaturkontrolle. Stell dir vor, du möchtest dein Gemüse auf den Punkt genau garen, um die perfekte Balance zwischen Zartheit und Nährstoffen zu erreichen. Eine präzise Temperaturkontrolle ist dabei der Dreh- und Angelpunkt. Achte darauf, dass dein Dampfgarer eine fein abgestufte Temperatureinstellung bietet, damit du jedes Mal das optimale Ergebnis erzielst. Mit dieser Funktion vermeidest du nicht nur Über- oder Untergaren, sondern eröffnest eine kulinarische Welt voller Geschmacksexplosionen. Kommen wir nun zum Punkt Nummer 2, die Vielseitigkeit der Dampfbehälter. Hier ist es wichtig, nicht nur oberflächlich zu schauen, sondern in die Tiefe zu gehen. Dein Dampfgarer sollte nicht nur Dampfbehälter unterschiedlicher Größen bieten, sondern auch die Möglichkeit, sie flexibel zu arrangieren. So kannst du gleichzeitig verschiedene Lebensmittel zubereiten, ohne Kompromisse BI der Qualität einzugehen. Dieser Aspekt macht deinen Dampfgarer zu einem wahren Küchenkünstler, der sich deinen Bedürfnissen anpasst. Überfliegen wir nun Punkt Nummer 3, die leichte Reinigung. Ein oft unterschätzter Aspekt, der jedoch einen großen Einfluss auf deinen Küchenalltag hat. Achte darauf, dass dein Dampfgarer abnehmbare Teile hat, die spülmaschinenfest sind. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Kein lästiges Schrubben mehr, stattdessen mehr Zeit für das, was wirklich zählt. Das Genießen deiner zubereiteten Köstlichkeiten. Tauchen wir nun ein in Punkt Nummer 4, die intelligente Zeitsteuerung. Die richtige Garzeit ist der Schlüssel, um den vollen Geschmack deiner Speisen zu entfalten. Achte darauf, dass dein Dampfgarer über eine intelligente Zeitsteuerung verfügt. Diese Funktion ermöglicht es dir, die Garzeiten exakt zu planen, damit jedes Gericht perfekt auf den Tisch kommt. Kein Raten mehr, keine unsicheren Ergebnisse, nur noch pure Gaumenfreude. Kommen wir zu Punkt Nummer 5, ein energiesparendes Design. Hier geht es nicht nur um Effizienz, sondern auch um Umweltbewusstsein. Überprüfe, ob dein Dampfgarer nicht nur energieeffizient arbeitet, sondern auch umweltfreundlich designt ist. Damit tust du nicht nur dir selbst einen Gefallen, sondern auch unserer geliebten Umwelt. Ein bewusster Schritt zu einer nachhaltigen Küche. Ein Schritt in die richtige Richtung. Nun, da du über die 5 wichtigsten Eigenschaften eines Dampfgarers informiert bist, hast du die Möglichkeit, eine fundierte Entscheidung zu treffen. In der Videobeschreibung haben wir dir eine Auswahl an hochwertigen Garern verlinkt. Falls du Inspiration für den Kauf eines solchen Gerätes brauchst, kannst du gerne mal reinschauen. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um weitere hilfreiche Tipps und Produktbewertungen zu erhalten. Wir sind hier, um dir BI der Auswahl der besten Produkte zu helfen und sicherzustellen, dass du stets die richtigen Entscheidungen triffst. Also können dasтеuchendebrigste Kenntnis durch 나오ableounfragen, creepypast mit Facebook, weil man dasiona an chapter verbet hat,